Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy. Ich habe, wie versprochen, an den Einstellungen nochmal rumgeschraubt. Ich habe auf jeden Fall das Spiel deutlich leiser gemacht, denn man hat mich ja in der letzten Folge so gut wie kaum verstanden. So gut wie gar nicht. Zumindest wenn hier so sehr laute Szenen waren. Muss ich mal gucken, ob die jetzt besser ist oder ob ich es noch ein bisschen leiser machen muss. Ich wollte jetzt natürlich auch nicht alles wegnehmen an Musik. Ich habe auch an den Grafikeinstellungen ein bisschen rumgeschraubt, aber ich bin da echt immer ein bisschen verzweifelt. Man kann hier so viel einstellen. Ich, ja, ich werde es tatsächlich nur durch Spielen wirklich herausfinden können. Wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ja, also letztes Mal hatte ich ja auch noch die normalen Grafikeinstellungen, alle auf Mitte, diesmal auf Hoch. Und wie gesagt, noch ein paar andere Sachen. Ich kann euch ja mal am Ende der Folge, äh, gehe ich mal mit euch in die Systemeinstellungen und zeige euch mal meine Einstellungen. Vielleicht habt ihr da ja noch ein paar Tipps und Tricks. Ich, ja, ich bin da echt kein Profi und es gibt hier sehr viel einzustellen. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen schöner aussieht. Problem ist halt immer, hier im Spiel läuft alles super flüssig und so, sogar auf Ultra-Einstellungen. Aber OBS ist halt eine andere Sache, ne? Deswegen muss ich halt einfach gucken, gerade bei Szenen, wo es dann, ja, wo nicht nur so ein kleiner Raum hier ist, sondern wirklich auch actionlos ist und vielleicht Open World, also wirklich im offenen Areal, kann das halt mit OBS schon Probleme geben bei geilerer Grafik. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken. Hab halt leider keinen NASA-PC. Okay, dann. Lumos. Dankeschön. So, das ist jetzt. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Könnte ich vielleicht auch den Zauber lernen? Das wäre sehr nett. Naja, wahrscheinlich später. Oh, ich freue mich schon voll drauf. Ich freue mich schon sehr auf Hogwarts. Ich meine, das ist jetzt hier mega cool, der Anfang, dass man jetzt nicht gleich wie erwartet nach Hogwarts kommt und erst mal was passiert. Ist schon geil. Aber ich möchte wirklich gerne... Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Ich habe leider nicht herausgefunden, wie ich die Markierung wegkriege. Ich habe gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht stimmt. Oh. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Ja. Er kann sie nicht sehen. Komisch, dass wir immer diese Spiegelungen sehen. Ja, nicht. Ach so. Warte. Ich weiß schon. Es muss einen Grund für dieses Spiegel. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt. Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Ja. Na dann. Hopp. Oh, nein. Oh Gott. Nicht in die falsche Richtung. Muss man ein bisschen aufpassen, bevor man die Mauspfeil hat. So. Lumos. Du hast den Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinem Zauber-Set zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitzen des Stabes aufleuchten, damit du in dunklen Gebieten besser sehen kannst. Na dann. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Äh. Ist das gut oder schlecht? Ja. Nein. Was? Uh. Vorteil. Aktion. Lecetro. Levioso. Repulso. Wow. Expulso. Ich versteh schon, ich lerne das gerade, ich hab's gut. Oh, den hab ich nicht gesehen von da hinten, wie gemein! Wo kann ich denn das alles machen? Hier, hielt die Gemeinde. Leider nur das. Ach so, doch, ich... Ach Mist, hab ich jetzt erst da links gesehen. Okay, Entschuldigung, tipp zu spät. Kommen Sie! Wir sind halt sehr pazifistisch. Er ist ja laut, ne? So, ich hoffe, das hat jetzt bei OBS nicht geruckelt. Professor Feig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ne? Ne. Sehr dunkel. Wohin soll ich nur gehen? Ne? Wie schalte ich denn jetzt um auf Romeo? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ich wollte eigentlich auch Licht machen, aber das geht umgekehrt nicht. Oh, ich weiß nicht wie. Warte mal. Ne, da kommt ja nur er. Na gut. Hier wieder passiert ja nichts. Type 1 und Lumos. Protego! Kommt aber Protego und nicht Lumos. Ähm... Ja? Ich weiß halt nicht, wie ich die... Ach so, Entschuldigung. Ja, man soll dort die richtige Taste drücken. Sorry. Ich weiß gar nicht, ob es lohnt, hier auch woanders abseits der Wege vielleicht hin zu rennen. Ah, dorthin führen sie mich. Das leuchten wieder. Warte mal kurz. Na ne, ich hab ein bisschen Schiss, ich glaube. Ich glaube, wir verirren uns ja hoffnungslos, wenn ich jetzt anfange durch die Gänge zu laufen. Ja, toll. Was, also nochmal? Äh, warte, ja. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ja, ich merke schon. Hi. Ja, raus. Haben wir uns wieder. Oh, warte, das hat noch nicht gereist. Entschuldigung. Hallo? Ich muss den schon aufstehen lassen. Ah, Malu! Oh, uh. Warte mal, muss ich alle drei hinbekommen? Ja, ah, ich verstehe. Ich dachte, ich kann die alle nacheinander abflüchten. Ja, ja, okay. Äh, halt! Uh, scheiße. Zu spät. Okay, wir sind leider nicht so stark. Ich hab's überhaupt nicht versucht. Das war zu gut. Okay, das kämpft. Die macht schon eine Blame, ne? Kannst du schon sagen. Auch wenn jetzt der Angriff nur Buttonsmashing auf links ist, aber an sich ist schon cool. Konter. Stupor Konter. Ich hab's auch nicht mehr zu betäuben. Okay. Kuh und... Okay, okay. Sehr cool. Ähm. Oh, Teg. Ne? Ja, wen war das? Oh, das war zu früh. Ne? Ne? Protego. Man hat aber wirklich eine große Zeitkette. Also... Das ist jetzt nicht sehr gut. Okay. Ich zieh dir deine Ziele an. Protego Kugel drückt halten, um Stupor Kon... Ach so, das sollen wir jetzt machen. Okay, Entschuldigung, wusste ich nicht. Ah, guck mal. Ich bin jetzt Stupor. Okay. Protego. Stupor. Ach so, das sollen wir jetzt machen. Ich glaub ich kann mir das wieder alles merken, wenn ich auf dem Spiel gleichsetzen bin. Stupor. Oh, ich hab das Ding jetzt gar nicht gesehen. Upsa. Na komm nochmal. Stupor. 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 Okay. Stupor. 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 Ich schaffe nicht. Wartet mal ganz kurz. Kann ich ins Menü? Ja, kann ich. Ich mach noch ein bisschen leiser. Das ist noch alles sehr, sehr laut. Ich mach auch mal den Dialog noch ein bisschen leiser. Vielleicht nicht ganz so leise. Super. Okay. Okay, Lumos. Wir haben's. Und wie oft muss ich das jetzt machen? Also ich... Hab jetzt auch genug davon, ehrlich gesagt. Echt auch. Das Gute ist, jetzt hatten wir wenigstens mal Kämpfe dabei. Ich glaube, das ist jetzt ein guter OBS-Test gewesen. Wie gesagt, hier alles flüssig. Falls bei OBS was geruckelt haben sollte, dann tut es mir leid. Ich kann das jetzt leider nicht ausmachen. Ich hab auch leider nicht zwei Bildschirme, um nebenbei OBS angucken zu können. Ich müsste halt das Spiel runter machen dafür. Und dann ist der Moment ja auch schon wieder vorbei. Warte, warte, warte. Guck mal erstmal ein bisschen. Ich hab... Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich übersehe Dinge. Weil ich zu schnell dorthin gehe, wo ich hingehen soll. Deswegen will ich eigentlich die Marke auch gar nicht haben. Ach guck mal. Was haben wir denn da? Sag ich doch. So, was hab ich denn jetzt gekriegt? 44 Gold wieder? Haben wir nicht letztes Mal auch schon 44 Gold bekommen? Das ist ja seltsam. Eine Fiola. Oder auch nicht. Vielleicht doch ein Anhänger. Ne, eine Fiola. Ach, wer ist denn da? Na, da sind sie ja. Wie haben sie... Hä? Wo sind wir hier? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden. Schwebend über dem... Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Was ist das von der Verstorbene in einer Erinnerung? Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschnüssen? Er ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an, wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber, Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das, das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies zwölf deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen da nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Ah, der Schlüssel. Nur der mit dem Schlüssel darf hier rein. Hier entlang. Oh, Herr Quart! Ja! Ja! Mensch. Geschaffen. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Okay, gut. Wenn wir sonst jetzt nichts Besseres zu tun haben. Oh, wie schön. Endlich. Das war alles mega cool gerade, aber ich bin jetzt einfach nur happy, den Zug hier zu sehen und gleich Hogwarts. Willkommen bei Hogwarts Legacy. Wie ist sie? Schön. Lange gewartet. Gefühlt sehr, sehr lange gewartet. Endlich ist es soweit. Ich meine, es gab ja auch schon Spiele zu Harry Potter natürlich, aber das hier ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Ja, wie cool. Oh, gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Sehr schön. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Dankeschön. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Ja. Da haben wir so fast verpasst. Phineas, Nigellus, Black. Black? Okay. Das habe ich nicht gewusst. Fick. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab... Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ja, ja. Ich melde mich. Ich bin gespannt, wo mich der Hut hinsetzen wird. Ich werde es nicht annehmen, wenn es nicht das ist, was ich will, aber ich bin trotzdem gespannt. Oh, noch so eine Stimme, die ich sehr liebe. So viele gute Synchronsprecher hier dabei. Hey, was soll denn das heißen? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ja, ehrlich gesagt, beides. Also tatsächlich freue ich mich auf beides riesig, aber ich möchte vor allem erkunden. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Hm, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Hm. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Hm. Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Ja, ich versuche jetzt nicht so sehr an das Haus zu denken, wo ich hin will, sondern einfach mit, ja, ernsthaft die Frage zu beantworten. Und tatsächlich ist es bei mir vor allem Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Genau. Hm. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besetzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Ja. Ja, verdammt. Ah, geil. Ja, ich glaube, das hätten nicht viele erraten, aber tatsächlich, ich bin eine totale Slytherin. Ja, also ich wollte unbedingt nach Slytherin. Ich kenne, also ich weiß, zu welchem Haus quasi welche, na wie sagt man es, Charaktereigenschaften gehören. Und ja, viele hätten mich jetzt wahrscheinlich nach, zu den Hufflepuffs geschickt oder vielleicht auch zu Ravenclaw. Hätte auch beides gepasst. Also irgendwie passt irgendwie alles außer Gryffindor. Die finde ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Äh, aber bei Slytherin auf jeden Fall der Ehrgeiz und auch aus vielleicht so ein kleines bisschen, ja, mal abseits der Regeln, wenn es denn dabei hilft, das zu erreichen, was man erreichen möchte. Nicht unbedingt auf böse Art und Weise, aber ja, sicher mal die Regeln halten, ist doch auch ziemlich langweilig. Und, naja, Gerissenheit auch, wenn ich das da gerade lese, da steht gerade Haus Slytherin, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Ja, tatsächlich. Hufflepuff hätte auch, ähm, vor allem wenn ich mir den Raum angucke, also so jetzt eher weniger, aber der Raum, also falls ihr euch auch das angeguckt habt, wie die Räume aussehen, der Raum, also das Haus von Hufflepuff ist einfach so wunderschön. Ganz, ganz viele Pflanzen und es sieht total gemütlich aus. Also räumlich hätte mir das am besten gefallen, ehrlich gesagt. Und danach wäre gleich Ravenclaw gekommen, vom Raum her nur, weil es auch mega cool ist da in diesem, mit dieser riesigen Kuppel. Das ist schon, ja, sehr, sehr geil gemacht. Aber mein Herz gehört halt Slytherin. Ja, das ist halt so, auch wenn ich, äh, nach Wissens strebe, auch wenn ich Blumen mag, aber im Herzen bin ich das hier. Ich will euch gar nicht sagen, wie viel Merchandise von Slytherin ich habe und wie viele Kleidung mit Slytherin-Logo drauf. Ich, ich sag's am besten gar nicht erst. Ähm, also. Ja, genau. Nimm ich. Dankeschön. Genau, da wollte ich hin. Von der so, was sortierenden Sorte. Aha, Errungenschaft. Du gehörst nach Slytherin. Ja. Ja. Ich hab tatsächlich vorher nicht nachgeguckt, bei welchen Antworten ich zu Slytherin komme. Warum freuen die sich alle so? Slytherin war damals wohl noch nicht so, naja. Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ja, da waren alle sehr traurig, als Sie das gehört haben. Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Sollen wir schlafen gehen? Ich hab noch nicht mal Essen bekommen. Ich steh dann noch rum. Ich hab Hunger. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Ah, wie schön. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Hopp, hopp. Den wollen wir uns doch gerne noch in dieser Folge angucken, oder? Es war jetzt schon reichlich spät, aber da fahr mal nach Zeit. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünfklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht fleißig sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Aspiration. Wow. Okay, das ist cool. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Gute Nacht. Ey, ich... Ach, mein Lohr. Ich wollte doch... Na gut. So, da sind wir. Das ist also unser Bett. Der schlaft da. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Oh. Ich kann mir einen Apfel nehmen. Halt. Ey. Wieso macht sie nicht? Jetzt. Okay, die ist sehr schnell Äpfel. So in einem... In einem Schluck mit Apfelgriebsch. Ich... Wow. Nie schlecht. Also, das ist der Schlafsack von Slytherin. Okay, aber die Wandbemalungen sind geil. Also, da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Ich fand, ähm, bei den Raumvorstellungen, bei diesen Trailern, die man sich angucken konnte vorab, fand ich Slytherin tatsächlich fast am langweiligsten, muss ich leider sagen, vom Raum her. Aber das hier gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut. Also, die Schlafseele hier. Das ist eigentlich ganz nett. Kann ich hier auch einfach in die... Ach, tatsächlich. Okay. Ähm. Na, na, na. Das... Das vermisst keiner, glaube ich. Das ist, ähm... Das... Das sollte weg. Das... Das stand... Da stand ein großer Zettel drauf, wo stand kann, weg. Ist... Ja. Weiß ich auch nicht, warum, aber... Hat hier noch einer Zeug? Gut, die sollte jetzt vielleicht nicht überall gucken, oder? Ich weiß nicht, ob mir das nachher auf die Füße fällt. Ich will gerne noch in den großen Raum, ehrlich gesagt. Ich möchte jetzt nicht alle... Warte, warum kann ich denn nicht richtig rennen hier? So, jetzt. Geht doch. Der hat gerade immer wieder gestoppt. Okay. Was haben wir denn da? Oh. Pasteten. Gott, die schlingt aber auch runter. Also, wow. Oh. Okay, das ist cool mit den Schlangen hier. Gucken wir uns das alles ganz gemächlich an, würde ich sagen. Oh, was haben wir denn da? Was kann ich denn da schon wieder stübitzen? Verdammt. Nichts. Nichts. Okay. Ja, ich muss schon sagen, bei Hufflepuff und Ravenclaw sieht es schon cooler aus. Noch ein Schlafstar? Huch. Ähm. Okay. Sitzt da jemand? Wer macht denn das hier? Nee, das ist niemand. Na gut. Beine, Süßigkeiten und Öpfel. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Das haben wir da drüben. Hier kann man Schach spielen. Und noch mehr Süßigkeiten. Das gibt's doch nicht. Gibt's hier irgendwas Ordentliches? Okay, das sieht sehr niedlich aus, wie sie Treppen runter tippet. Das ist die Haupthalle. Die neue Fünftklässlerin. Hm? Immer noch Leiders Bild ein bisschen matschig, ne? Hier fällt's auch groß auf, dass das alles so ein bisschen, ja, auch da hinten mit dem Wasser, alles sehr, noch nicht wirklich hübsch aussieht. Äh, das Spiel sieht mega cool aus an sich, aber... Aber die Texturen und so, ich glaub, ich muss noch mal ein bisschen rumstellen. Vielleicht kann ich's noch ein bisschen höher stellen, schauen wir mal. Hieran kann ich tatsächlich nach der Folge sehr gut austesten. Mit den Grafikeinstellungen. Das war in dem kleinen Raum da im Verlies halt ein bisschen schwierig, weil da war ja nicht viel zum Angucken. Hier kann ich das sehr gut testen. Okay, also Bücher gibt's auch und, naja, gut, Tier-Skelette ist jetzt nicht so meins. Huch. Okay. Aber die Fenster, nett. Okay, wir sollen hier gleich mit den Leuten reden, das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge tatsächlich. Ja, oh, Pferdchen, Skelett, okay. Na, wir werden hier noch ein bisschen Zeit verbringen. Ich glaub, wir können uns hier auch noch ein paar Mal umsehen. Wir werden jetzt nicht alles direkt gesehen haben. Ähm. Oh, sind das diese kleinen Nixen-Viecher, die in dem einen Film die Leute angreifen, äh, die Turnierteilnehmer angreifen? Das sieht so ein bisschen so aus, oder? Ich weiß nicht, warum hier so viele tote Viecher rumliegen, aber gut. Was hat sich das Ministerium dabei gesagt? Ist nicht so ganz meins, ehrlich. Das sag ich mir in ganzem Grund. Viechern da überall. Uh, das ist ziemlich cool. Aber an sich trotzdem. Trotzdem cool. Okay, Leute. Dann will ich noch mal ganz kurz mit euch tatsächlich einmal die Grafikeinstellungen anschauen. Falls jemand da noch eine Idee hat. Analyzing, ja. Hier zum Beispiel war ich mir sehr unsicher. Also, ich hab ja eine Nvidia. Äh, drin war aber AMD. Und tatsächlich, hab ich das Gefühl, dass es mit AMD besser läuft als mit der Nvidia-Einstellung, was ich seltsam finde. Ja, also so sieht's hier aus. 120 FPS. Pausing an. Äh, ich hab mal Bewegungsunschärfe, hab ich ausgemacht. Weil mich das immer nervt. Schärfentiefe hab ich aber angelassen. Ähm. Ähm. Äh, ja. Genau wie hier. Chromatische Aberration. Ja, okay. Klingt fancy. Weiß ich aber nicht, ob ich's haben will. Ja, schwierig. Wenn man da nicht so versiert ist, äh, seh ich auch das erste Mal in so einer Form. Einige Sachen hab ich schon bei Warhammer 40k jetzt gesehen. Bei Darktide, da hab ich auch noch ein bisschen Einstellungsprobleme. Ähm. Ähm, und jetzt hier ist es irgendwie noch mehr geworden. Ich glaub, ich muss das alles mal googeln. Sonst bin, oder vielleicht habt ihr ja Tipps. Wenn ihr jetzt irgendwas gesehen haben solltet, wenn ihr da versierter seid, könnt ihr ja einen Tipp geben. Hier, mach mal das an oder aus, dann, äh, ist es so und so besser. Deswegen hab ich's grad mal eben, ja, eingeblendet quasi. Gut, Leute. In der nächsten Folge werden wir uns hier ein bisschen genauer umgucken. Wir werden, ja, uns vorstellen. Vielleicht ja erste Bekanntschaften zumindest, äh, machen. Und vielleicht ja auch schon die erste Unterrichtsstunde besuchen. Ich hoffe drauf. Also dann, schön, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like da. Und bye, bye.